Was ist eigentlich Haftgel? Das ist Haftgel. Haftgel ist einfach ein Gel des 3-Phasen-Gelsystems und dient dazu, die angeraute Fläche des Naturnagels mit der nachfolgenden Modulage zu verbinden. Das Ganze wird sehr dünn und sparsam aufgetragen. Dabei darauf achten, dass ihr den ganzen Nagel einstreicht und nicht an die Haut kommt. Vorne die Spitze am besten auch noch einarbeiten. Manche massieren das Ganze in den Nagel ein. Ich persönlich habe es 10 Jahre lang nicht gemacht. Es hat meinen Kunden nicht geschadet. Aber müsst ihr wissen, wie ihr das Ganze machen wollt. Das war es auch schon mit dem Thema Haftgel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr das Ganze hier oben abonnieren. Und hier unten geht es zu meinen letzten Videos. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Was auf Wiedersehen. Ich mache es, això, wie ich aus. Was auf Wiedersehen. Bis dahin. Wobei das geht. Bis dahin.